Ready for take off. Wir haben Viertel vor sieben. Die Sonne lacht schon. Ich habe mir auch die kurze Hose angezogen, weil ich das Wetter ein bisschen herausfordern will. Ja und außerdem ist meine Jeanshose noch nicht trocken geworden. Die werde ich jetzt während der Fahrt noch ein bisschen trocknen und lüften müssen. Das wird aber schon funktionieren. 320 Kilometer stehen heute als Tagesetappe bevor. Bin mal gespannt, ob das Gefühl, was ich gestern im Popometer habe, heute noch mal wiederkommt. Ich bin dann bei guter Dinge. Bin drum herum gelaufen um die Vespa. Die ist kurz trocken unten drunter. Da ist kein Tropfen Öl nach unten gekommen. Ja, kann losgehen. Die kurze Hose war ein bisschen mutig. 19 Grad. Ich habe noch 230 Kilometer. Also ich habe echt schon ein gutes Stück geschafft. Ich tendiere gerade dazu, vielleicht doch die Regenkombi mal drüber zu ziehen. Tja, die Herausforderung in das Wetter heute Morgen habe ich wohl zu laut ausgesprochen. Wetter, Wetter, Wetter. Ich habe mir jetzt mal die Regenpälle tatsächlich drüber gezogen, weil ich habe da einen richtig schönen Bus abgekriegt und bin einmal kurz bis auf die Unterhose durch. Ich hoffe, das wird jetzt irgendwie während der Fahrt trocknen. Ich bin auch gerade in Stellen unterwegs, wo ich auf 20 Kilometern geradeaus nicht eine Stelle zum Anhalten gefunden habe, wo ich mich hätte unterstellen können. Also den Bus musste ich mitnehmen, ob ich wollte oder nicht. Ich habe mir jetzt in strömenden Regen die Regenpälle angezogen. Ja, ich kann sie ändern. Seht selbst, wie schön das zu fahren ist. Ich gehe zu. Das ist bis jetzt die Ätzens-Etappe. Ich versuche die ganze Zeit vor dem Regen zu flüchten. Ja, jetzt sind es noch irgendwie 150 Kilometer bis zu meinem Ziel. Zwischendurch war ich auch kurz mal ausgebremst. Ich habe so den Eindruck, dass mit der Zündkerze irgendwas zu stimmen könnte. Ich habe die alte jetzt mal rausgeschmissen und in eine neue reingedreht. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mir irgendwo noch eine kältere Kerze besorge. Weil ich habe so den Eindruck, nach längeren Fahrten, wenn ich wenig Pause gemacht habe, dass die Kerze einfach zu heiß wird und dann selbst in Zündungen entstehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Aber vielleicht liegt es auch an dem schlechten Sprit hier. Ich konnte jetzt vorhin nur 95 Oktan tanken. Seitdem ist das nämlich so. Und hoffe, dass ich mit dem Wechsel der Zündkerze und dem Nachtrag gleich von 98 Oktan, dass dann zumindest erstmal alle Sorgen wieder passé sind. Ziemlich genau 100 Kilometer habe ich noch auf der Uhr, die ich zu fahren habe. Und ich bin bei 1050 Kilometer in Summe, die ich bis jetzt gefahren bin. Also seit Abfahrt Neukirchenflühen bis jetzt. Das Wetter klart auch auf, die Sonne kommt wieder raus. Also ja, es ist noch ganz schön bolkig. Ich bin jetzt aber guter Dinge, dass die Regenkombi wieder zurück kann. Ich mache dem Wetter jetzt einfach mal ein Angebot und hoffe, ich werde nicht dafür bestraft. Ja, ich bin angekommen. Jetzt gibt es noch schnell was zu essen. Die Zelle ist ja nicht aufgebaut. Ich zeige euch mal, wie fix das ging. Dann habe ich noch Bill und Ted kennengelernt. Einer von beiden ist der Sohn des Campingplatzbetreibers. Und der war so nett, mir auch eine Dose alkoholfreies Bier in die Hand zu drücken. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann sehen wir uns morgen wieder.